Ja okay bis hierhin muss man bauen. Das sind noch vier Dinger, würde ich roundabout schätzen. Bauen the route. Ja mal gucken wie viel man hier schön hinbekommt. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt wie eine Armbrust. Ne wie ein Bettlaken, hast du doch gehört heute. Ja okay, sorry, tu mir leid du Model. Ne was war das noch? Katapult. Ne ich fand den Witzgurt, den Anschnallgurt gut. Natürlich fandest du den gut, der ist ja auch für über 28.000 Jahre alte Menschen. Hä? Dieser Front immer wieder irgendwo hin, ne? Ich bin sicher. Die Menschen nicht fronten, das wäre so wie nicht atmen. PP ja. Ja. Kann ich jetzt nicht relaten, aber stimme ich dir jetzt trotzdem zu. Jingle Belz, Jingle Belz, Jingle, Jingle, Jing. Jo, er macht hier paar Kuh anstatt Baumstämme zu holen. Springt er über Baumstümpfe? Habt ihr da was nach unten befördert? Kommt's auch unten an? Kann man jetzt wohl sehen, denke ich. Ich bin selber erstmal Baumstämme holen. Das ist eigentlich nicht Max. Der hat doch kein Internet. Achso, also das ist eine Permanente Sache, oder? Ja. Naja. Wir haben ja wegen dem da die Leitung da durchgekappt, na? Ja, der war ja auch sonst nicht irgendwo hier, das meine ich halt. Also online. Ja, wir hatten ja noch ein bisschen CS gezockt und so. Ja, der war ja irgendwie im Urlaub und dann, ach, keine Ahnung, fahren wir nicht. Achso. Boah, okay. Wie lange dauert das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Sekunden bis zu den Baumstämmen. Äh, okay. Das heißt, ich hab so ein Ding in der Minute oder zwei fertig gebaut, je nachdem, ob ich einmal runterfalle. Boah. Dann bin ich in 20 Minuten so roundabout fertig. Ne, ich muss fünf bauen, das heißt in zehn Minuten bis elf. Ungefähr. Wenn die Baumstämme hier reichen. Was sie nicht tun. Ja, werfen wir vielleicht nachher welche, wenn du unten bist auf dem Fluss, dass die so zu mir rüber treiben, dass ich sie verwenden kann. Das wäre witzig. Auf den Fluss. Zerstört den Fluss. Auch nice, ne? Oh, Mann. Wenn wir hier, ähm, das komplett kappen könnten. Und wenn es nur so ist, dass auf der einen Seite jetzt hier dann halt das Meer seicht wäre, also da kein Wellengang mehr wäre. Weil ja auf beiden Seiten ist das ja jetzt abgetrennt. Okay. 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 Wir hoffen. dann live dann live okay noch als nicht um von meiner seite auszubauen warte mal dann hast du schon da auch nicht weg jetzt wieder hier ich wusste nicht dass ich hier auf den stamm das gibt es doch nicht genau ein schritt weiter ich bauen können aber dann schwimme ich ja das nächste zwei baum zwei drei baumstände und passt aus was machen sie da den habe ich gar nicht gesehen der welt im berg versteckt aber ohnehin zu gucken schon mit der axt rein so jetzt ich bin da wo du noch nicht stehen kannst noch einmal so ding bauen und dann halt müssen dann das ja aber gerade abbauen tut mir leid also so schräg drin den haben wir eben auch nicht rausgemacht und hier kannst du wieder normal stehen ja perfekt ab da können wir wieder selber eine gerade bauen jetzt der baumstammel den boden perfekt jetzt haben wir unser problem aber wir haben jetzt auch eine plattform von der wir aus arbeiten können wie können wir das jetzt alles lösen normalerweise indem wir jetzt halt eins hoch bauen war die ganze gerade die kannst du doch noch fortführen dass dieselbe flucht wenn du jetzt so das heißt hier ganz am ende ja was ich eingebaut habe bitte bau ist gerade ja er macht gerade guter man oh ja willst du den wirklich noch aber hier kann ich jetzt nicht mehr hochheben oder so oder ja doch wenn ich mich drauf stelle ja passt kann auch sicherheitshalber den ihr noch jetzt nicht lang genug so auf der anderen seite noch so ein also auch möglich wäre es immer noch wie gesagt 1 breit und die häuser nach 1 1 1 zur seite raus ja genau ja das stimmt oder drei bereits vorschlag zur güte dann hätten wir in den fünf breiten wenn wir doch schon deswegen ja das werden so weiß ich nicht da könnte man wirklich creative modus aktivieren für so aus wasser hat das aber wiederum etwas in creative mode zu bauen kann halt jeder eventuell haben wir ein fehler in unserer logik wenn wir nachher unten alles sehr gut wir haben diese ausstrebungen immer gehabt diese diagonalen in den ecken quasi womit dann die geraden gehalten haben geht das wenn wir das jetzt sukzessive nachher wieder abbauen die brücke wir wollen ja so ein bogen haben ja also sollte nicht durchgehend sein ich habe ja hinten mal ein paar löcher reingebaut da kannst du das ja noch mal testen bei dem aufgang da da habe ich ja tatsächlich eckige löcher reinbauen können ja aber wirklich rund habe ich das da natürlich nicht gemacht weil warum auch sollte ein aufgang sein aber das war möglich ohne die verstrebungen schräg ansonsten muss man das hat nachher ausprobieren und das wird es nicht gehen so bald habe ich kein essen mehr ich bin auch schon seit einem halben jahr dürstig aber müssen wir mal gucken dass wir vielleicht mal in der base nachher was zu holen ja brücke steht noch gg ja ich gehe mal gerade richtung main base was zu essen holen wie viele symbole bei unserer base sind crazy ich guck mal nach ob die fische immer noch verbuggt sind weil dann können wir auch im winter fische holen ansonsten haben wir mal gucken für den winter sollte es reichen dann muss man das aber im summe mal aufbauen boah virginia geh mir doch nicht auf den sack alter ja was hast du da tolle aloe vera legst du auf den bohnen und verpickst dich mhm ist nicht mehr verpackt ok 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 ich hab jetzt nichts mehr zu trinken ein inner zwei inner noch ja komm zu mir gib dir ein paar inner die ich noch so hab und dann äh ok jetzt gerade die base hoch bisschen zum abspringen früher gewinnen immer noch die step geräusche dabei super naja drei stück weg geschossen und zu gucken ob jetzt wieder ein bisschen gewähr munition ich weiß nicht wie nah ich dran stehen muss dass du noch treten können ja dann mach es besser ein lockholder ist voll hat so lange hätte ich aus unserer base holt wait dahinten sind hier noch 8000 glocks die ganzen steine die kann ich auch mitnehmen also wenn ich auf der e-trade auf sons of the forest trade gucke wenn man auf ben drückt für das hauptmedien dauert das ja unendlich lange jetzt mal alter vier bitte jetzt bei elton ring habe ich das auch immer ich kann elton ring nicht mal auf den normalen weg schließen und wenn ich das schließe egal wie da kommt immer einzelne fehlermeldung also so eine windows fehlermeldung ist immer super und bei den ganzen motzes soll auch immer so windows hat ihren pc geschützt heute ist irgendwas so naja kurz machen spaß trotzdem ausführen es gibt dann auch noch irgendwo eine zipline von mir immer ziplines einrichten mehr zipline russ werden wir sehen ob wir dupen können immer noch oh stimmt vielleicht hat er deswegen so lange gebraucht aber du hast all der vier trotzdem also fängt erst mal an den spielstand runter zu laden um den synchron zu halten das wäre lustig du kannst du deine brücke alleine zu ende bauen du kannst ja immer baumstämme dupen also zwei baumstämme was ist eigentlich ich habe gerade überlegt ob man so ein lockholder irgendwie damit speichern kann das wäre lupen wo geht eigentlich da ist ja gar nicht so viel drin da musst du schon giga für immer an nasa rechner haben damit sich das rentiert so gucken ja alles wieder da ist wichtig man kann ja auch diese ebene hier über wasser auch komplett bebauen dass man da nicht rein fällt oder was hast du dazu mit lox jokatan ich hab mir nicht das ding hier gleich umgebaut werden man kann jetzt zwei baumstämme in der hand zu vier von diesen gespaltenen sachen machen ja tatsächlich wir werden die schneller mit einmal axt schwingen spaltet er zwei baumstämme nach vier halbe los das ist eine angenehme änderung oder es ist gerade verpackt verpackt in der weihnachtsbäckerei jetzt muss ich leider den lockholder abbauen der ist leider auf im weg mein neun baum großes baumstammlager aber wie es aussieht sogar alle stöcke diesmal wieder damals das nicht alle wieder bekommen sogar in so bundles damit die nicht alle random rumfliegen und wenn ich dein pc überlassen dann kann ich mir mit ziplines wenn man die vorher platziert hat durch eigene konstruktionen durch boah dieser realismus kotzt mich an da ist schon echt kacke die bäume hier schon neu gewachsen crazy level ab von der stärke ich hoffe das bringt mittlerweile irgendetwas immer noch fps drops wenn man im baum fällt und da schnee runterkommt ist nicht ganz dran okay man hat es einfach dreimal für vier baumstämme gebückt er für zwei baumstämme auf dem armen vielleicht bei ihm krasser macher was sagst du denn jetzt zwei breit drei breit oder fünf trotzdem noch schon fünf also wir können erstmal drei machen und dann gucken was passiert wenn man so ein haus am rand baut und dann mit gimp bearbeiten mehrere häuser also eine copy paste axt wie in minecraft das war geil damals ja also es ging natürlich nur im creative aber ich habe ja auch teilweise riesige welten gebaut und da war diese copy paste axt schon echt geil zwischen gebiet einfach abgesteckt was du genauso noch mal wollte es lohnt sich jetzt bei der brücke natürlich nicht wäre cool wenn die häuser unterschiedlich aussehen und alle eigene designs haben dass anschauen dann.. dann... oh nö ist das dunkel nee 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 so ein skill tree wäre dann ja auch möglich das wird schon mit fanny bridge das kam jetzt wirklich auch durch die die allergie wieder kriegt ist einfach schon wieder so viele fälle ist dass man hier wieder gerade bauen kann das gibt gar nicht mehr hier muss man schon wieder hoch okay 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 ich habe richtig bock gleich pfannkuchen und also eine gemüsesuppe von der bin ich ja nicht so überzeugt mal gucken wie diese gemacht ist ob ich die noch panische panische aber ja ich habe richtig hunger mittlerweile mandarin haben da nicht geholfen auch nicht das ist Vielen Dank.